Eine der schrecklichsten Dinge beim Krebs ist der Verlust dass man Muskelmasse verliert Fett verliert Leute verhungern eigentlich Es ist unwürdig Und es ist sehr unschön für den Patienten selber und auch für die Angehörigen Eine starke Person, die schrumpft eigentlich auf ein Skelett EPA Ups EPA EPA Hier zum Beispiel ist es drin Kehrt das komplett um In den meisten Fällen innerhalb weniger Wochen Ich rede in meinem Buch über viele andere Therapien wie zum Beispiel Pilze wie Reishi und andere Coconut Oil Kokosnussöl Und so many other things Und eine Reihe anderer Dinge Mamortica ist das die gleiche als dein Mamortica Bitter Melon Okay Marrowbone Broth also sehr gut No Mark Okay Mark Ja Ah Knochenmark Knochenbrühe Okay Knochenbrühe